Das ist nicht so cool jetzt gerade. Das ist gerade zum Kotzen. Ich habe gerade keine Heilungsitems. Komm schon. Was könnte ich denn benutzen? Können wir mit dem vielleicht was machen? Komm schon. Wenigstens ein bisschen. Ich kling dich mal auf, ne? Komplett? Geht's schon? Warte doch bis ich dann noch eine Viertelstunde, dann mache ich auch aus. Hier habe ich die schon mal. Ja, okay. Nochmal ein Headbot. Wie das alles fast nichts abzieht, man. Ja. Vor allem noch, wenn... Rollout. Es wird ja immer stärker von Runde zu Runde. Ja, ja. Ist schon okay. Ist schon okay. Die ersten zwei sind noch relativ mittrig. Komm schon. Komm schon. Schnell. Ja, da war schon spürbar. Ach, das hat auch noch Säurepanzer gemacht ohne Ende. Jawohl. Ah. Fast. Waren das jetzt schon fünf, ja? Kann das sein? Ja, es fängt wieder von neu an Es dauert erst mal insgesamt drei Runden Bis der Tod ist, mindestens Ja, 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 ja Ich weiß, ich weiß Komm schon, komm schon, komm schon Bitte War das Shigis Hof zufällig? Ja, 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 übertreib mal nicht Alter, das war Das war gut Das war nicht gut Das war nicht so gut Äh, nochmal Mitte links dann wieder Ich bleibe Was ist Scald? Ja, super effect Natürlich ist es das Wieso hast du meine Meinen Strand eingenommen? So für aggressiv You know I just love Seclude Places like this Ja, super Jetzt hast du mir hier teilweise die Pokémon zerstört Kleiner Bullshit, Mann Okay, was passiert, wenn ich da jetzt kurz rausfahre? Ist das da die Verbindung? Hieha Okay, es sind hier irgendwie die Ninjas, die dann einen attackieren Sozusagen Oder sind die irgendwie Super Also Alter, diese Fische sehen irgendwie cool aus Okay Okay, okay, okay Dammit Was scharf Nein, stopp Nein, andersrum Und Sonst macht es doch gar keinen Sinn Wir machen den zuerst Und der kann dann mit Mit einem Lowkick den versuchen kaputt zu machen Hey, das hat Die Strategie geht auf Das gefällt mir Oh, da scheint die Weiterentwicklung zu sein. Ganz pöse pöse. Natürlich. Natürlich besiegt er mir so ein Teil. Äh, Pokémon. Ich weiß nicht, welche Typen das noch sind, außerhalb Wasser. Aber Sludge war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, es effektet nicht. Das deutet mal auf Stahl hin. Auf den Boden könnte es hinweisen, glaube ich. Aber sonst fällt mir nichts ein. Und dann? Und dann? Mit einem eisigen Eisbien. Ajo. Nice. Nicht sehr effektiv. Ist das dann wirklich Stahl? Äh, äh, Metalllings darf nicht kaputt gehen. Gut, wenigstens ein bisschen... Äh, hier. KP konnte ich restolen. Ja, okay, Tellerrand. Okay. Oh, schön, dass... ...Global Rock so... ...schnell ist. Du, 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 du... Okay, Megadrain zieht jetzt nicht so viel ab. Aber wenigstens kriegen wir ein bisschen Energie davon. Das ist jetzt erstmal wirklich wichtig. Weil wir haben keine Tränke. Und das nächste Pokocenter ist ein bisschen weiter weg, glaube ich. Vor allem so ein modernes Pokocenter ist ein bisschen weiter weg. Okay, jetzt machen wir mal den Leaf Blade, damit er möglichst sicher kaputt geht. Ja, sehr gut. Der ist auch schon noch kaputt gegangen. Mein Level Up sogar. Der ist stark. Ja. Du hast vielleicht einen gewonnen. Aber mach keinen Fehler. Unsere Klan wird uns erwähnen. Sleep with one eye open. Okay, vielleicht sollten wir wieder zurück an den Strand schwimmen. Ist vielleicht ein, ein, ein ganz guter Hinweis. So. Sind wir da, wo ich denke, dass wir es sind? Ich, ich glaube ja. Wow. Da kommen wir in diese Blätter entgegen. Okay. Ja, so ein paar Haar habe ich. Cool, da kann ich das mal an den EP-Teilerwacher anschließen. Und. Und, und, und. Nebenbei so trainieren. Oh, direkt im ersten Feld. Direkt die Hoffnung genommen. Und, und, und. Oh, komm schon. Und ich möchte jetzt nicht um den Schutz dafür ausgeben. Alter, muss ich jetzt wieder durch die Wüste rennen. Alter, muss ich den Schutz einsetzen nachher. Dann brauche ich ihn für später gleich. Nee, ich setz jetzt Schutz ein. Sonst geht mir das auf den Keks. Du, 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 du. Ach, kaum. Bin ich direkt in der Stadt. Bullshit. Gut, dann heilen wir noch ganz schnell unsere Pokémon. Und dann würde ich sagen, war es das für heute Abend mit Pokémon Uranium. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und heute sogar ein wenig zahlreicher als sonst. Das finde ich super cool, dass das so funktioniert hat heute. Das war awesome, irgendwie. Das war cool. Gut, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es heißt, verstrahlte Pokémon. Und na klar doch. Bis dahin, tschüss, euer Schmiddi.